Jo mein lieben Tisch und Bande und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir spielen heute mal wieder eine wundervolle Folge Minecraft Endergames und zu diesem besonderen Anlass, nachdem schon seit zwei Wochen kein Endergames mehr kam, spielen wir mit dem Berserker Kit! Das Berserker Kit startet mit diesen besonderen Fähigkeiten, dass du durch von Töten von Tieren und Gegnern zählst, dir könnte einen Resistenzeffekt. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn du mehrere Kills hintereinander erzielst. Eine Ausrüstung hat dieser Hohensohn keine. Also ich spiele jetzt schon echt lange Minecraft, aber ich weiß nicht wirklich, was dieser Resistenzeffekt bezweckt. Also kriegen wir da weniger Schaden oder I don't know? Okay Leute, ich bin jetzt original schon 10 Minuten oder so in dieser Runde und hier passiert echt arschwenig. Also I don't know. Loi? Was ist denn für einer? Uiuiui! Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Scheiße will ich denn bitte? Jetzt passt nur auf, Leute. MLG in Minecraft. Ender Games. Wuuh! Surprise, motherfucker! Ah, fuck! Es war Stomper! Kein Wunder, dass er sich hochgebaut hat und einfach mich drauf springt. Und Leute, an alle, die mein letztes Video nicht gesehen haben mit dem FAQ, klickt da bitte alle mal drauf und lasst mir da eine hübsche Frage da, weil ich will so eine richtig lange Folge Minecraft Lars machen, in der ich nur Fragen beantworte, die nicht zu Lars sein müssen, sondern auch zu anderen Themen. Also ballert die Fragen rein. badgame? David lässt bei You Leonard uns und das werden wir sehen. Ich werde seine ganze Familie abschlachten. Ui, 5 Eisende. Komm! Komm auf mich zu! Komm her, du Arschloch! Wir kämpfen doch um Laymen und Tod! Um Ruhm und Ehre! Oha! Alter! Aua! Ich bin sowas von weg.de! Oh Gott! Dinka! Wie viel Schaden hat der Typ denn bitte gemacht, man? Yo, da muss ich aber los. Nein, was? Wenn ihr mich fragt, warum nur die Hälfte der Runde voll ist, ist, wir haben gerade 10 Uhr morgens am Sonntag. Keine Ahnung, warum ich wach bin. Aber das Video kommt heute noch am selben Tag. Wuh, Eisenbrust-Potzer von direkt von Anfang an. Und jetzt muss ich die Kiste hier unten noch bekommen, dann bin ich der King. Ey. Okay. Hä? Leute, gebt euch das hier mal. Illuminati, confirm. Das hier ist so ein Erdblock, aber wenn du unter die Erde gehst, dann ist der gar nicht mehr da. Hä? Oder bin ich gerade behindert? Das ist ja normal, ne? Okay, Leute, der nächste King, da ist 25 Blöcke von mir entfernt. Der ist dir, ich wüffle. Die Frage ist, ob ich mich mit dem anlegen will. Yo. Ey, warum immer diesen Tausch? Welcher? Hat sich so ein Scheiß ausgedacht, Mann. So, Leute, das lass auch mal wieder vor dem Video gewesen sein. Äh, ich denke mal, die Frage, warum so selten Ender Games kommt, habt ihr euch jetzt mit dem Video beantwortet. Dann haut rein, macht's gut, schau beim FIQ vorbei und ciao.